Ich habe fast meinen Einsatz verpasst. Naja, das kennen wir doch. Das kennen wir doch. So, was machen wir bereits? Schießbrot? Wenn ich futze? Oder wenn ich... Jakala. Jakalaka-laka. Nein, ich werde ihn nicht scannen. Ich werde ihn nicht scannen. Ich werde nur Jakalalala spielen. Mit einer Waffe. Geflipst. Ja, die Waffe ist nice. Jakalalalala. Der Titel des Videos. Jakalalalala. Wie das hast du? Jakalalalala. Die an Korp. So... Ich denke mal... diese Gräfer sind. Oder.. Ob... Oder.. Unten.. Ich alle, Männer? Hey, soll ich dir was gucken? Die haben Kamera. Alter два... ich bin verschwunden ja, sind sie weg? ja ja, das lag wahrscheinlich auch daran, dass ich wahrscheinlich die FPS mit euch trosselt habe anbauen weil ich habe im spiel 40 bis 50 FPS, habe aber bei OBS 30 angegeben jetzt habe ich auch 60, jetzt hat der 30 plus da oben ach so, da bist du mit jetzt haben wir natürlich keinen Termine und ne Hibana es gibt Tricks und Tricks und nix fahr auf, na da warte, willst du hier reinkommen? ja, siehste er macht es schon richtig heute geht's hier sind wir da in dem Raum ist Smoke gewesen ok, roger roger da ungefähr fährt die eine mit dem Lager hier weg? wo? 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 hier durch? hier? ja, mach mal auf das ist kein anderes kontrollierte Sprengo kontrollierte Sprengo folgt mir 5 4 boom das ist kein anderes das ist kein anderes hier da war ein FPS zugel Smart wir Ich weiß nicht, guck mal mit deiner Jackal-Dingens... Boah, bist du bescheuert, mich zu verjagen, du Arsch! Guck mal mit deiner Jackal-Fähigkeit, um einer nach oben gelaufen ist. Scheiße. Valkyrie ist hier lang, ne? Fuck. Oh, jetzt raus. Rang! Scheiße. Was'n? Ich hab' Smoke äh, verletzt, aber nicht getötet. Da steht ihn doch. Kann Valkyrie nicht äh, mit Jackal finden. Ah, jetzt! Ne Oh, ich muss pushen Pushen Oh nein, kommt noch Kameraden Oh Gott Ich hab dich voll angeschossen, da war mir so egal In dem Moment, ich hab nur gespray Die Kopfhör Alter Du Killstealer Hast du meine Kugel gesehen? Hast du meine Kugel gesehen? Ja, aber ich hab geneift Ich brauch schneller Toll Jäger Jäger Nase Ich hab Geld Ja, ich hab ein Ace gehört, ne Huhuhu Du kannst reinschreiben Ace in wieviel Sekunden? Keine Ahnung Als ob ich das zähle So So Ihr Kleine Ich muss gleich gucken Nein, na Er ist ein Mensch Ähm Toper Nicht zu weh Das Gerät wurde platziert Und Okay Ich setze das Gerät ein Bisschen wie Arsch Hatt Wass Ich krieg aber minimale Rupler immer zwischendurch mal vor Ich krieg aber minimale Rupler immer zwischendurch mal vor jetzt Hm drei vier stunden gut sind die sind da oben ich habe oben steps oder was du es und 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 ich höre ein seien bei mir wo bist du gestorben? da da in dem raum da habe ich eine wand aufgesprungen und Fuse hat sich von oben reingeseiligt, da ist er, nice Entschuldigung nicht für die FPS drops, du hattest ein Herr dazu Da, wo Bakery hinguckt, ist einer Ich habe ihn zu spät gesehen, zwei Stück 1 versus 1, was ist los? Wie schnell der aus der Drohne kommt, ne? Das geht wirklich Aber, naja, nice try So, ich habe mal Charrette zum Wort, oh Wen habe ich denn eigentlich im gespielt, ich vergesse das immer, Ash, ne? Ja, Ash Ja, aber ich nehme, glaube ich, Jackal mit Oh, jetzt, jetzt, ja, richtig Ja, das geht so, wenn das kennt Ja, schön Da darf ich so leise sprechen Weil, unten haben sie gewonnen oder verloren? Verloren, ne? Ja, ich habe sie doch geacet Müsste gerade selbst überlegen, aber ich denke mal, die sind wieder unten, das hört sich so an Ja, die sind auch gut gemacht Wo hätte ich jetzt die Twitch Drohne, ne? Also die haben keine Kamera, das ist schon mal gut Scheiße, ey, ich wollte oben auf dem Schrank drauf Mach mich nicht einfach in den Thronschlitz Ja, ne Siehste Ja, aber in der Regel, guckst du da nie rein In der Regel Ja, die bleiben ja nicht gesehen, weil die sind markiert, aber ja Die stehen auch markiert und rein Ich bin auch minimal auf FPS-Druck, ja Große, kleine Standbilder, aber was Was alles stabil Achte, geh mal weg davon Wenn ich jetzt mal denken tue, kann ich davon ausstrengen Äh, ich geh grad woanders hin, weil ich nicht mehr vor Guck mal nicht zu dir Und du kannst, mach da ruhig auch Nö Das ist mit Teamspiel Das hat was mit Team zu tun Gell, so gelacht Wenn ich jetzt einfach random in diese scheiß Fans reingeschossen hätte Und den da weggeholt hätte Da läuft dich nie auf deine Augen allein Klare Spuren, ich hab eine Fährte Ich hab ne Cremor, ich weiß nicht Was zieh da mit dem Cremor hin? Mhm Nach oben scheint keiner gelaufen zu sein, ne Schöne Truhen Die Truhen mal kurz Achtung, da ist ein Mera-Fenster Komplett drinnen Drei Drei seh ich Achtung, das erste Mera-Fenster Drei Stück Drei Stück, die sie in den Raum bringen Drei Stück, die sie in den Raum bringen Ich kann auf Drei Stück, die sie in den Raum bringen Das Lohg ist abstergen Das Lohg ist absterken Niiiiiinn, Mist Da ist die erste Hilfe Das ist die erste Hilfe 15 Sekunden führlich Zeifensicherung, behälter, wenn Besicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist 10 Sekunden übrig Ja Letzter verbleibender Gegner 15 Sekunden, behälter, sichern Nice Bei mir hat's so geruckelt einfach Mein Herz immer bei sowas Bevor einer trage, was für eine Grafikkarte du hast Ich hab aktuell eine GeForce GTX 750 drin Bevor diese dummen Fragen kommen Er hat meinen Jäger genommen Ich spiele Mira Arbeitsraum, das ist um Na, das ist gar nicht mal geschlecht Acht Gigabyte RAM Und Ich muss Operator Acht Gigabyte RAM und ein I 5 3330 Intel Prozesse Ich kann Rainbow 1 3330 30 FPS So Von Ferien brauchen wir gar nicht die Hardware zu sagen Mhm Der mit seinem japanische 360 Von dem Die ich noch nie gehört habe Und jetzt nicht Kamera aktiviert Ähm Ja, schuld Ähm Lüstung Ja, wo denn? Die Gegner konnten den Bio-Gefahrhut Beheldung nicht finden Das ist noch nicht bewegt, Alter, bist du ein schlechter Hut Halt die Schnauze Wir sind scheiße Killsteamer Ich will, ich will diesen Methoden hier machen, die immer alle YouTuber machen So, das wollt ihr machen Ah Bei mir, mit einer Bei mir seit einer sich Ohne down Nachladevorgang Lover ist am Fenster beim, äh, beim Raum Welchen? Welches? Das war knapp, Mann Huhu Die Drohne hat uns, oder mich gespottet, was er gesagt Du hast also da nur ein Schlagwort, das Fenster, ne? Hm Ansonst, ja Den scheißen Thron abschießen Da oben, der war da oben eben Oben links waren, äh, beim Tyrann Was? Ansonst, ich hätte mich Fuse erledigt Alter, es gibt Momente Wo ich mich frage Warum spiele ich dieses Spiel Warum spiele ich dieses Spiel? Warum tue ich mir das immer wieder an? Tja Gibt's Tage, wo ich denke, warum stirbst du nicht? Ich wollte es auf die schießen Mh Der ist rechts, Jackal Achte mir, das Fenster Der war zuletzt, äh, Piusen Da! Nein 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 Die Becken Die Becken Die Becken Ich hab's auch gewusst Ne, mach ich nicht Mach ich nicht Boah, es ist ein bisschen kalt hier bei mir jetzt im Zimmer Ich glaube, das war eben so ein bisschen fehl Platz Da ich das Fenster aufgemacht habe Und jetzt muss ich das leider in der Aufnahme zu machen Und das quietscht immer so Ich hab's aber sanft und leise zugemacht So Und jetzt mach's mal bitte vernünftig mit Jackal Danke Mh 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 Ja, wenigstens, okay Na, immerhin, ne, okay Ach, eigentlich schon jetzt Ach ja Ich glaub, die sind wieder... Nee Ah, dann sind sie bestimmt... Keine Ahnung, warum die... Ja, ganz rum Aber hier ist gleich, äh, Gem Ja, aber jetzt werde ich alles gehen Vom Weg Das weiß ich auch noch nicht Ich guck jetzt noch nicht So, aus... Warum hab ich mich offline gestellt? Bei Steam oder bei... Steam Dann wird wahrscheinlich Karten anbauen Standort des Sephoris Angriffs erlaubt ist erteilt Die haben da ganz oben sein, hier sehen Das willst du nicht sehen, wie die Kamera sich geschossen hat Warte, ich kann noch gucken mit... äh, H2 Naja, die sind ganz nah, nicht so Ja, warte, ich gucke Warte, lass mich mal los, bitte, dankeschön Ich lade ein frisches Magazin Ja, alles klar Ich will das Ding jetzt auch mal gewinnen Ja, super Mach... Alter, was haben sie denn alles eingeschnissen? Der nächste ist weg Sprengladung ist einsatzbereit Sprengladung ist einsatzbereit Sprengladung ist einsatzbereit Wieso Karsom? Kann ich dir auch nicht sagen Mira-Fenster Ja, hier sind die in die Augen Der Bio-Gefahr-Bundbehälter wurde verblühtet Hardcore-Flash Wo ist Mira-Fenster? Jo Ja, dann raus, was? Oh Nein, warum ist denn der nicht gestorben? Mute, lau Hallo, leh, leh, hallo Der verbleibende Gegner Donner aktiviert Scheiße, die hat sich eliminiert Das ist schlecht Wir verheben aber gar beide Gar nicht Nice Wollen wir direkt Anschluss noch ne Runde machen, oder? Ne, lass jetzt hier die erste Folge so beenden Sind bei 22 Minuten, das reicht Also Wir sehen uns in der nächsten Folge von Rangos 6 Siege Vergesst nicht zu abonnieren Ich sage nur haut rein Peter das letzte Wort Jo Leute, dann Sehen wir uns in der nächsten Folge Bis dann, ciao Muter Wir sehen uns in der nächsten Folge so Untertitelung des ZDF, 2020